So, 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 hallo, hallo und willkommen, YouTube. Wir machen wieder Timeguesser. Ihr kennt es vielleicht, habt ihr vielleicht schon gesehen. Fünf Bilder, fünf Runden, fünf Orte, fünf Zeiten, die wir zu erraten haben. Es ist quasi wie Geogesser nur erweitert und ich habe hier gerade was entdeckt. Ich bin auf die Seite und es gibt Special. Ich würde sagen, bevor wir ins Daily gehen, gehen wir in das Special. Das sollte sich doch machen lassen. Und ich checke vorher die Bilder mal einmal aus. Und, ja, okay, die Bilder sollten diesmal safe sein, weil das sind Bilder von Leuten, die Timeguesser spielen. Und die gucken auf ein Bild, wie einer Timeguesser spielt. Das war das von gestern, der auf ein Bild guckt, wie Leute Timeguesser spielen, der auf ein Bild guckt, wie Leute Timeguesser spielen. Ja, so. Wo ist das? Österreich Bayern Könnte durchaus sein. Was haben die hier denn so? Quiz YouTube SpaceX YouTube Kuredu Skypinsel Die sollten auch Hinweise einbauen, die natürlich in eine falsche Richtung leiten können. Leiten können, nicht liken. Ähm, das heißt, das könnte durchaus auf Frankreich sein. Aber vielleicht ist der Hinweis absichtlich eingebaut und das ist eher Österreich. Wirkt mir auch wenig französisch so. Sieht halt eher wie so eine deutsche Berufsschulklasse aus, nicht wahr? Ja, von daher würde ich da auch in die Richtung gehen. Ja, Jahreszahlen dürften ja relativ, äh, da das Bild von gestern ist, äh, muss das von heute oder gestern sein, das Bild. Ähm, da bleibt ja gar nicht viel übrig. Und da, ich glaube, heute Morgen das Daily gewechselt hat, kann das ja eigentlich nur von, ja, gestern sein. Oder vielleicht wirklich heute ganz früh, dass es bis neun online war. Okay, aber was sehen wir da hinten? Ist es vielleicht sogar Schweiz? Das ist die Frage aller Fragen. Es könnte durchaus auch Bayern sein. Also ich war schon mal in Bayern, nicht? Aber ist das sehr frei? Das müsste doch eher eine höhere Lage sein, oder? Ein paar Bäume, ein bisschen Wald ist schon da. Schwierig. Was haben die denn noch geöffnet? Guess the Game? Moviedler? Loh... Ludi? Crosswordl? Hmm. Anmelden. Okay, wir sind auf jeden Fall über die französischen Sachen reingenommen, aber anmelden ist, äh, deutsch. Also ist der Browser und das Betriebssystem auf deutsch. Da unten ist ja auch das Datum. 14 Grad meist sonnig. Das könnten wir natürlich in die Wetterdaten gehen. Das könnte Österreich oder Schweiz eher sein, nicht? Von den Farben. Interessant, interessant. Ich glaube, mehr Hinweise werden wir nicht kriegen. Ja, gehen wir Richtung... Bei Innsbruck waren eher krasse Berge, nicht? Es ist auch eher ein kleines Dorf. Ich würde aber hier Richtung, ähm, Wörgel, Kuhstein, äh, so in die Richtung vielleicht eher gucken, oder? Ich meine, hier sind auch Berge, aber die nicht so krass hochgehen, kommen wir, sagen Kichel, Bichel, keine Ahnung wo. Aha, doch, da hinten. Ja, ja, ja. Okay, aber grundsätzlich Tirol. Richtig gedacht. Aber weit weg, aber 9300 Punkte trotzdem stark. Ich schicke das nächste Bild. Okay, ja, es ist auch von heute. Jetzt ist die Frage, Hinweise, Net Company HB Hightech Hype Mathematik System Annika Spahr Institutionen Auch Deutsch, oder? Oder Österreich? Könnte auch die gleiche Klasse sein, die einfach zwei Bilder eingereicht hat? Was haben wir im Browser? ChatGPT natürlich. Ja, die waren ungefähr in meine Richtung. Ich hab da auch hier irgendwo hingetippt, ne? Nicht auf Pfeifer das Jahr. Das Jahr, ja, das Jahr hat glaube ich jeder gewusst. Ja, schwierig. Schwierig. Es könnte irgendwo in Deutschland sein. Sehen wir irgendwelche anderen Hinweise irgendwo im Hintergrund? Irgendwas. Ein altes Telefon. Ansonsten sehen wir eigentlich nur Haare, nicht? Und die Tasche hier. Ich weiß nicht, wieso, aber ich geh da einfach nochmal wo war das hier? Nenzing, nicht? Ich hab keine andere Idee. Kopenhagen oben. Ach nee, sogar Schweden. Lund. Okay. Sogar kein Hinweis drauf. Ei, 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 ei. Okay. Ja, das ist alles aus Klassen, nicht? Not Free Cross-Long. No products allowed. No sip. Okay, Spanien vielleicht. Tickets students five adults ten dollar. Okay. Da sind wir schon mal in Südamerika. Das hier sieht natürlich nach Buenos Aires aus, nicht? Deswegen raten wir auch mal Buenos Aires Sonos. Guck nochmal. Universität of Illinois. Ja, aber das haben die vielleicht absichtlich gemacht. Ja, oder sie haben den Hinweis absichtlich eingebaut oder sie haben eine falsche Fährte gelegt. Das ist das Fiese, was man nicht wissen kann. Urbana Highschool See etwas. Tja, wo ist Urbana Highschool? Also, wenn wir Glück haben, wäre es hier, aber ich lasse mich mal von dem Begriff leiten, Illinois. Dann sind wir also in Chicago vielleicht oder Springfield, Rockford. Keine Ahnung. So, und natürlich Okay, Champagne. Aha, aha. Okay, dann war das ein guter Hinweis, kein böser Hinweis. Sehr schön. Dann gehen wir auf das nächste Bild. Lechatz, das könnte jetzt wirklich des Portraits. Ich würde Belgien oder sowas tippen. Results, Schwerwasser Ken, Lafranche Farm, Lian, Frinach Farm, Camden Town, Spiral Pet. Entweder ist das ein Fake-Hinweis oder das. Aber das steht extra vor diesem aufgestellten pinken Ding. Ich glaube, das ist eine falsche Fährte. Bin mir da nicht so sicher. Oder die haben alles an die Tafel geschrieben als falschen Hinweis. Oder das ist eine Französisch-Klasse. Aber das ist eigentlich Chemie oder sowas. Nee, was ist denn das? Mathematik, Physik? Eins, zwei. Hm. Jim Cair No 4. Ulfraud Dutch Duke Spikes. Ich meine, sowas hat man in Chemtown von Chemtown eine Tasse? Nicht, oder? Das sieht aus wie ein Mitbringsel. Ich würde einfach ich weiß nicht wieso. Ich sage Antwerpen. Ah, Cardiff. Okay. Warum haben die Französisch dran stehen? Verdammt! Aber solange es Europa ist, kriegt man trotzdem ganz gut Punkte. Okay, die fünfte Runde. Ja, können wir wieder schieben. Aber wo ist das bitte? Koops Koots Das könnt überall sein. Shit. Spotify National Park Hmm. Also hat für mich auch wieder Südamerika Vibes, aber könnte genauso gut Portugal, Spanien sein, aber das in Palm nicht. Könnte auch Brasilien sein. Könnte aber auch irgendwo in Afrika sein. Obwohl für Afrika ist es dann doch könnte höchst in Südafrika sein und selbst dann ist zu gut infrastrukturell aufgestellt. Könnte aber genauso gut irgendwo in Amerika sein, wobei mir das nicht so amerikanisch aussieht. Eher wie die Guzo Wen Wo könnte das sein? Das ist schwierig. Also auf jeden Fall nicht Europa. Eventuell erkennt man die Brücke, aber dieses Ding kommt mir so so eine typische Mall. Wo habe ich die schon mal gesehen? Eigentlich nur Richtung Amerika. Ich weiß leider nicht wo dieser Koops Crocs oder wie der hier hieß wo der überall vorkam. Das ist halt echt schwierig. Okay. Ich kann eigentlich nur daneben liegen, oder? Das ist eine Großstadt ist es eine Kleinstadt. Ist auf jeden Fall Rechtsverkehr. Das hilft mir jetzt nicht viel weiter. Ist da bestimmt irgendwie Universidad Stadt Brasilia. Können mal gucken, wie sieht denn die Stadt von oben aus. Das passt so gar nicht, nicht vom Stadt Layout. Tja, aber wenn das irgendeine mittelgroße Stadt in Südamerika ist. Buenos Aires würde ich jetzt mal ausschließen. Salvador ist alles zu sehr am Wasser, nicht? Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. ich wäre irgendwie auf Argentinien aber schon gegangen. Aber das ist halt Kanada so ganz andere Richtung, aber Palm, nee, okay. Das wäre blöd. Berge, 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 Hügel. Sind wir vielleicht Los Angeles oder sowas? Und das ist irgendwie so ein Randbezirk? Sieht man vielleicht irgendwo Hollywood Sign oder so? Nee, oder? Man sieht auch keine Flagge oder sowas auf der Entfernung mit diesen Kameras. Das ist immer ein bisschen schlecht. Hier kann man auch gar nichts erkennen drauf. Und hier rechts Tja Schwierig Schwierig was machen wir? Ich kann mich echt nicht entscheiden gerade. Quito war ein bisschen hügeliger nicht? Guatemala war nicht ganz so ordentlich. Mexiko auch nicht. El Paso was ist mit El Paso Wie siehst du aus? Zu trocken nicht? Ah ist blöd dass man jetzt keine topografische Karte hat. Wir gucken mal Los Angeles nochmal an. Das könnte schon hier hin irgendwie was sein nicht? Kleine Häuser ach komm ich hab keine Ahnung ich würde Südamerika sagen aber ich hab keine bessere Ahnung okay das war Glück das war Glück ich hätte also ganz ehrlich Amerika sieht so runter gekommen aus das hätte ich fast nicht erkannt das muss man mal so sagen also das war wirklich jetzt mehr Glück als Verstand final score thank you for all your submissions narrowing it down to just five was tough every entry was great okay einige sieht man sofort wo sie gewesen wäre nicht hier sowas oder so 45 968 968 haben wir drin challenge a friend ich gehe erstmal in den breakdown gut jahre haben wir überall getroffen nicht dadurch gibt es eh 5000 grundpunkte das heißt hier haben wir die meisten punkte liegen gelassen das war auch mit der schwerste ich dachte es ist halt zweimal das gleiche college und das hier war auch ein bisschen fies das hat überall sein können außer in camden town die anderen waren dann relativ eindeutiger die hatten zumindest einen hinweis wo in welche richtung es geht oder die anderen hatten so einen subtilen hinweis dass ich den einfach nicht kenne nicht war ok exit breakdown was ist challenge a friend ok da kann ich einfach nur die runde nochmal starten ok man kann jetzt nicht sagen hey speicher das ab oder so das geht leider nicht dann haue ich mir mal das ergebnis hier in den chat dann weiß ich das beim nächsten mal oder falls nachher jemand fragt so damit haben wir das special und dann gehen wir rüber zum daily das steht nämlich auch noch auf unseren wunderbaren plan zum zocken ende post ok da haben wir erstmal den Barack Obama oder das sieht aus alles wie Senatoren Kings College dieses AA Ding habe ich schon mal gesehen irgendwo 2011 es könnte auch weißes Haus sein und er hatte ja nur das T-Shirt an hat das weiße Haus wo ist es da hat das weiße Haus Sportplätze vielleicht irgendwo in der Nähe gucken mal also ein Swimmingpool haben sie wenn die doch irgendwo einen Sportplatz auf dem Geländer haben könnte sein dass er aber hier erst gebaut wurde oder da ist ein Fußballplatz immerhin denn vielleicht hier ich mach Guess ok den haben den Swimmingpool umfunktioniert ah ne oder die Halle die haben eine Halle hingesetzt oder abgerissen dafür guck eine an ja 2009 zwei Jahre weg president barack obama playing basketball congress kabinets ok das war ja zumindest ein kleiner wehrmut tropfen nächste runde stecke opniv beginnen opniv beginnen opniv ok wir gehen erstmal 58 58 oder aber ja ort opniv nie ist eigentlich niederländisch nicht ist wieder eidhofen oder so utrecht kommen wir gehen nach utrecht 19 58 50 amsterdam ok falls das nämlich woanders gewesen wäre dann wären wir von den anderen nicht so weit weg gewesen nicht amsterdam hätte ich jetzt nicht unbedingt reingeklickt sah mir zu ländlich aus und 1958 on spot 9791 ein sehr guter start ok zweite runde wir sind in sowjet kanada honduras wo sind wir indien also die flaggen sind ja alle mehr als verwirrend hammersichel kanada oder sind das immer nur drei sterne hier sieht es aus wie vier oder fünf ich kenne die flagge nicht muss ich gestehen macht's schwieriger grundsätzlich würde ich aber nepal oder so tippen vielleicht das ist eine dieser umkämpften regionen die so andere sachen haben also butan würde ich nicht sagen die haben gar nicht so viele einwohner wie das da nepal ja eigentlich auch nicht das muss irgendeine randsache sein delhi kann sein dass die sich da versammelt haben wäre also nicht ungewöhnlich mein paar sehen schon indisch aus nicht so aber dann gibt's auch wieder die die so so eher Richtung asien rüber gehen vom vom gefühl also eh alles nur gefühl nicht er hier sieht auch eher mongolisch aus wobei man das halt nicht abschätzen kann ich meine überall können die Leute heutzutage rumreisen und sein die flagge hilft mir halt nur nicht die habe ich noch nie gesehen und ich mache hier relativ viel flaggenraten hmm pfff 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 wäre mit einem roten Punkt pff mir mir mal oder auch keinen sinn machen oder wenn er in die richtung also hier wieder nicht vielleicht noch richtung kirgisestan aber die sehen auch eher kräftiger aus die menschen da also wenn er hier vielleicht auch irgendeine randregion in china oder wenn ich ganz viel pech habe hier unten irgendwo brunei oder sowas da kenne ich mich halt nicht aus ok wir sagen einfach mal katmandu 96 die haben alle kein handy nicht heutzutage hätten die alle handys in der hand es kann älter sein das kann jünger sein schwierig es war katmandu 90 ok student activist protesting nepalist revolution ok mehr glück als verstand gehabt das war wirklich jetzt reingeraten und dafür sind wir noch gut rausgekommen nicht wahr schicke unser nächstes bild ok ist erstmal ok sowjet airlines divatulets paris wir sind auf jeden fall irgendwo im osten nech der sieht ein bisschen aus wie hier evan peters ok wir sind 1978 weite schlag hosen vielleicht gehe ich auf 74 runter falls es die ersten sind aber mode und sieg kein bh das ist doch eher so 79 80 rum oder kann man sich natürlich rein rennen lassen so so sowjet airlines echt wenig hinweise vielleicht muss man die menschen dafür kennen dafür ist man einfach zu jung ich habe das hänster verschoben nicht das bild die wat tületz da das noch sowjet block ist kann das halt überall hier sein ich glaube nicht dass es ost deutschland ist und wir sind die straßen doch zu schlecht hier steht halt was drunter nicht das kann man nicht lesen die wat tületz glaube es gibt halt keinen ort der die wahl tületz heißt vielleicht finnland oder so weil es muss ja aber trotzdem westliches land sein was östlichen einfluss hat oder weil sonst die dürften noch niemals im ostblock rumgelaufen sein mit diesen hosen würde mich ganz stark wundern noch dass das schwierig die arbeiten hat irgendwas nicht oder haben irgendwas mit farbe beschmiert vielleicht noch irgendein Protest oder die haben irgendwas gemacht, gearbeitet. Das kann echt alles sein. Das kann auch Rumänien sein. Budapest. Gehen wir nach Budapest. Rumänien, wegen Ü vielleicht. Und dann sind wir sehr weit weg von allem anderen. Ich glaube immer noch, dass es eher hier oben irgendwas ist. Aber das Ü verwirrt mich schon sehr. Die Vatulets. Hm. Hm. Ich habe keine Ideen. Republik Kalmykien. Aha. Aha. Das gefällt mir gar nicht, die Idee. Bei Ü gibt es eigentlich nur hier und hier. Ich meine, Sowjet Airlines, vielleicht waren die früher verbreitet. Ich meine, das Gebäude und die Menschen Pest. 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 Budapest. Fehlt das da drüber? Ich sage jetzt Budapest 76, komm. Komm. Es ist Budapest. Okay. Aber 85, doch so spät. Und einfach nur normale Menschen. Kann ich zwar nicht glauben, das muss irgendwas Besonderes gewesen sein. Und sehr merkwürdig. Okay, hätte ich so nicht identifiziert, muss ich gestehen. Wow. Also, habe ich, aber das ist auch wieder echt Zufall. Aber 7400, schwächste Runde. Damit kommen wir schon zur letzten. Äh, 1999. Oder es war doch 1999, die Sonnenfinsternis. Und, ja, wo sind wir? Ich würde fast sagen, Sri Lanka. Indonesia. Ah ja, okay. Ja, aber hier steht. Germania. Indonesia. Ach, das sind die, die die Sonnenfinsternis hatten. Aber sie hat auf jeden Fall die Flagge von Indonesien drauf. Und da, Pao Muang. Palembang. Palemdang. Ja, dann nehmen wir hier. Da. Make it. War da. 2016. Wow. Was? Es gab 2016 eine? Okay, das wusste ich nicht. Ich kann mich nur an diese große, volle erinnern, die es auch bei uns gab. Hätte ich jetzt aber auch von den Hinweisen... Sie hat ein Handy. Ja, das ist der Fehler, den Gregor neulich gemacht hat. Nicht richtig hingeguckt. Man hat sich auf die anderen Hinweise konzentriert. Er hat auch ein Handy in der Hand. Und nicht mehr richtig geguckt, nicht? Shit. Ja. Na, okay. Das sind, äh... Ich hätte dann auf 2013 getippt bei dem Handy wahrscheinlich. Dann wären wir nur drei Jahre weg gewesen. Ei, 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 ei. Somit kommen wir schon zu dem Final Score. 3000 Punkte heute liegen gelassen. Nicht gut. Ich poste das Ergebnis in Discord. Wer auch seine Ergebnisse will, kommt in den Discord. Werft eure Ergebnisse rein und vergleicht euch mit mir. Oder ab. Als Freundesanfrage hinzumachen. Und noch niemand von meinen Freunden hat das Daily gespielt. Ei, 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 ei. Dann bin ich mal gespannt. Breakdown. Ja. Hat sehr stark angefangen. Ging noch stärker weiter. Ging auch gut weiter, aber sechs Jahre weg. Okay. Hat dann abgenommen, wenigstens in den Ort gefunden. Und war dann auch Ort gefunden. Und dann habe ich ja bei den Jahren reingeschissen. Nicht so gut, würde ich sagen. Nicht so gut. Ich kann euch ja mal das in den Chat werfen. So würde das übrigens aussehen. Nur ordentlich formatiert dann. Je Runde einmal Weltkugel, einmal Kalender. Und wie gut man dann jeweils war. Das ist auf jeden Fall interessant. Also, macht mit. Kommt rein. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.